...Konstrationen kommen, sind bei Ihnen mal in der Lehre oder in einem Kurs gewesen. Und ich möchte die beiden jetzt ganz herzlich begrüßen, auf die Bühne bitte, Stefanie und Christoph Haas mit Liedern aus zum Teil dem italienischen Widerstand und ich habe gehört auch ein kurdisches Lied ist dabei. Und bitte um einen Leitfaden. Und bitte um einen Kurs. Und bitte um einen Kurs. Und bitte um einen Kurs. Danke schön. Vielen Dank. Und bitte um die Mühe dieser langen Auseinandersetzung, um dieses unsinnige Projekt ein bisschen besser zu bestehen. Und bitte um die Italienische Musiker. Hallo. Und bitte um die Italienische Musiker. 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 Und jetzt bitte ich Stefan Entsinger. Und jetzt bitte ich Stefan Entsinger. Jetzt bitte ich Stefan Entsinger. Jetzt bitte ich Stefan Entsinger. Vielen Dank.